Die Spuren im Herzen sind die tiefsten überhaupt, denn wir können nur das zurücklassen, was wir in unserem Leben berührt haben, so wie es die Tiere tun. Mit allem, was sie uns entgegenbringen, was sie uns anvertrauen. Das, was sie uns jeden Tag schenken, offen, echt, ohne zu fragen. Ob sie genug dafür zurückbekommen, es ist ihre Liebe, bedingungslos. Sie zeigen uns, dass wir die wichtigsten Dinge nicht mit den Augen sehen, nicht anfassen können. Jeden Tag geben sie alles. Ihre Freude, ihre Liebe und sich selbst. Und sie hinterlassen so viel von all dem, wenn sie gehen. Nein, es sind keine Dinge. Es sind die Spuren von Liebe, die unsere Seele berühren. Das ist es, was bleibt.